Seit Geburt habe ich einen schief eingewachsenen Sehnerv auf diesem Auge. Ich habe seitdem nur 20 Prozent Sehfähigkeit. Es ist immer sehr, sehr lästig, weil mein linkes Auge dann alles übernehmen muss. Und mit zunehmendem Alter habe ich da riesen Schwierigkeiten, dass mein Gehirn das verarbeitet mit links und rechts. Und es war die letzte Zeit, also seit einem knappen Jahr, dass ich Straßenschilder nicht mehr lesen kann. Ich hatte laufend Schleier vor den Augen. Der Augenarzt hat vorige Woche gesagt, das ist so. Damit muss ich leben. Da habe ich gedacht, jetzt frage ich doch mal den Rubens, ob da vielleicht an diesem Sehnerv noch was zu machen wäre. Vielleicht. Der Arzt sagt, unmöglich. Und dann war ich gestern zur Behandlung hier. Und ja, wie von Geisterhand, hört sich gut an, ist auf einmal meine Sehfähigkeit, also diese Schleier und diese Nichtmöglichkeit, die Straßenschilder lesen zu können, blitzartig weg. Ich habe heute früh, als ich hier runtergelaufen bin, sämtliche Schilder auf riesen Entfernung lesen können, bin rumgehüpft wie ein Gummifluhen, weil das so schön und spektakulär ist. Und ich habe auch ausprobiert, jetzt ohne Brille und mit Zuhalten des linken Auges zu gucken, wie dann jetzt mein rechtes Auge sich gemacht hat. Ich habe natürlich immer viele Erwartungen. Und siehe da, auch mein rechtes Auge hat sich schon enorm gebessert. Also diese, ich kann sogar die Menschen schon erkennen mit dem Auge. Und das ist natürlich ein Riesending. Ich bin happy. Super. Ich freue mich.